Ljurnia, das Seenland. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, wir sind ja generell hier in der Region gelandet, sag ich mal, wo wir hier diese Stadt vor uns haben. Ich glaube, die wurde auch noch irgendwie benannt, Torstadt der Akademie. Wo ist denn eigentlich die Akademie? Ist die hier oben oder ist die hier? Keine Ahnung, weiß ich hier schon mal. Ist hier der Turm? Also von der großen Rune möglicherweise. Ja, dann hätten wir hier noch den Erdenbaum. Wir hätten verschiedenste, oh, konvertierter Turm. Könnte auch so ein Magie-Speicherturm sein. Da hätten wir hier noch ein Siegelgefängnis, was wir uns noch nicht angeguckt haben und so weiter und so fort. Und natürlich die Kristallhöhle am See, so der erste Dungeon, den wir hier machen könnten. Und was ist das hier? War ich schon mal bei dem Händler? Ne, achso, das ist die alte Fingerleserin. Ja, hier hätten wir auch noch so ein Gebäude oder Burg, wie auch immer. Aber ja, werden wir uns alles mal ansehen. Ich möchte heute ganz kurz, bevor wir da weitermachen, noch in die Tafelrundfeste. Wir hatten ja eigentlich sehr, sehr viele Schmiedesteine gefunden. Und ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich die mal einlösen kann, ob ich vielleicht irgendwelche neue Gesprächsoptionen habe. Nur ganz kurz die Leute mal anquatschen. Ähm, ne, da scheint sich nichts getan zu haben. Nur mal ganz kurz gucken. Ah, der wird das ja feiern, dass wir diese Dinge da abgegeben haben. Keine Ahnung, da im Portal, was war das wieder? Keine Ahnung, ihr habt es im letzten, vorletzten Part gesehen. Ihr habt also Gurang bereits getroffen. Dann macht uns durch, äh, mit, äh, ja. Also, ja, das macht uns jetzt zu Waffengefährten. Ich glaube, das habt ihr euch verdient. Äh, die Macht der goldenen Ordnung. Für die jagt auf all jene, die im Tode leben. Aha. Anrufung studieren über D. Was ist D? Ah, D, den Jäger der Toten. Ha, ist das vielleicht so? Das wäre auch geil, wenn es wieder so Fraktionen gäbe, gerade für meinen Multiplayer-Koop oder sowas. Das gab es in anderen Teilen immer. Multiplayer-Koop-Fraktionen, ähm, also so Religionen, Glauben, denen man sich anschließen konnte, Gaben, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, und, äh, könnte ja sein, dass das hier auch wieder so ist, aber ich habe noch gar nichts davon gehört. Ich diene der goldenen Ordnung, damit ich dieses verderbte Land wieder auf den rechten Weg führen kann, ganz unter der Führung des glorreichen Eldenrings. Wer im Tode lebt, für den haben die Prinzipien in der goldenen Ordnung jegliche Bedeutung verloren oder so. Ihre bloße Existenz besudelt die goldene Führung, befleckt ihre Wahrheit. Also muss ich, ähm, muss dieses Ungeziefer ausgemerzt werden, bis auf das letzte Exemplar. Jo, radikale Ansichten sind immer gut. Oder auch nicht. Ja, was hat er denn Schönes hier? Klinge der Ordnung. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Heiligschaden. Er schafft ein Bildnis der Ordnung, um Heiligschaden zu verursachen. Aha. Jo, klingt doch mal ganz geil. Weisheit und Glaube brauchen wir dafür. Gar nicht mal. Ja gut, können wir schon kaufen. Wie viele Runen habe ich überhaupt? Vorhandene Runen. Äh, ja komm, das mache ich jetzt mal. Kann nicht schaden, dass man das mal kaufen. Wer weiß, ob der irgendwann weg ist oder sowas. Meine alte Rede. Also das mal gekauft. Ähm, wunderschön. Mal gucken, ob irgendjemand anderes irgendwas Neues sagt. Der hier ist immer noch stumm. Denke ich mal. Stummi. Hallo. Ne, du willst mit mir. Achso. Der sagt einfach nichts mehr. Also der, der ist so stumm, da geht schon gar nichts mehr. So, was ist mit dir? Ah, ihr seid es. Was gibt es? Ne, kann ich nochmal über die verschiedenen Bosse da den anquatschen. Die Klangperlenhändlerin da vorne. Da wird wohl auch nichts sein. Jetzt hat man es auch schön gesehen. Der Typ, der jetzt gerade vorbeigerannt... Oh, Klangperle anbieten? Habe ich eine? Ne, ne? Der Typ, der gerade vorbeigerannt ist, was der für ein cooles Equip hatte. Hier, opfert zwei goldener Federtierfuß. Ähm, verbessert kurzzeitig die Runenausbeute. Stimmt, könnte man auch vor Bossen und so zünden. Hm, ja. Nein. Ganz kurzer Moment. Hier kaufen. Hattest du hier noch was? Ja, Runenbögen könnte man noch kaufen. Irgendwelche Waffen, die ich dann auch wieder verschiedenst Equipen könnte. Oder aus, ähm, nicht Equipen, Skillen könnte. Und dann mal zeigen könnte. So ein Streitkolben oder Kurzspeer und so ein Kram. Gut, egal. Spielt jetzt keine Rolle. Auch keine neue Gesprächsoption. Das mache ich nur deshalb, wenn wir schon mal gerade hier sind. Dann können wir es schon mal probieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt die ein oder andere Waffe upgraden können. Sollte schon so sein. Ich habe gehofft, dass Irina vielleicht hier irgendwo rumchillt. Aber dem ist nicht so. Ja, hier können wir auch nur noch mal die Geister einstimmen. Gräbertallilie 3 brauchen wir dafür. Und hier 2. Geistertallilie. Und von denen habe ich mehr. Was ist das jetzt hier? Bin ich gerade bescheuert? Achso, Spezialaschen. Ausgerüstete Asche. Asche, Spezialaschen. Ja, logisch, klar. Aber die kosten alle super viele Fertigkeitspunkte, um die zu rufen. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Ohne Witz. Klar, ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal erwähnt haben. Oder, keine Ahnung, übersehen haben. Wie auch immer. Die könnte ich jetzt upgraden, dass die noch einen Tick besser sind. Aber wie viel FP habe ich denn? Da fehlt einiges, ne? Da fehlt einiges, um die zu rufen. Ja, setze ich mal hinten an. Vielleicht gibt es irgendwann einen, der günstiger ist. Den ich dann da günstiger rufen kann. Klar, mit der großen Rune könnte ich auch eventuell. Oder vielleicht finde ich auch einen Ring, wo ich dann mehr von den Dingern da bekomme. Also mehr FP bekomme oder sowas. Keine Ahnung. Was ist hier mit Kriegsasche? Kann ich nur noch mal eine draufsetzen. Ja, gut, alles klar. Was war da? Kriegsasche duplizieren, ist auch klar. Ne, Waffe verstärken. Wollten wir. Sehr schön. Darauf habe ich gehofft. Schmiedestein 3. Magisches Bastardschwert. Kriegen wir da aufgewertet. Ja, das ist schon ordentlich. Auch die Skalierung unten wird zumindest mal positiv beeinflusst. Deswegen bin ich hierher gegangen, weil ich gehofft habe, dass wir zumindest mal das Schwert hochbekommen. Sehr schön. Das ist gut, weil jetzt laufe ich natürlich ja in höheren Gebieten rum, in Anführungszeichen. Und habe dann einfach mal eine etwas stärkere Waffe da am Start. Hier will der Schmiedestein 1 von mir. Gut, Abba-Lest könnte man mal noch gucken. Und mein Schild. Aber ich glaube, das war ja alles vorne. Hier, schwere Armbrust geht nix. Und Messing-Schild geht auch nix. Da brauche ich Schmiedesteine 2. Dürfte ja eigentlich auch kein Problem mehr sein. Ich habe auch schon gesehen. Deswegen Achtung Spoiler. Irgendwie kann man später mehrere Schmiedesteine auch kaufen, wenn man irgendwelche hier Klangperlen oder was anbietet. Dann kann man da unendlich Schmiedesteine, zumindest mal von einer gewissen Stufe kann man dann irgendwie bauen. Hm, das wäre auch geil. Hier den ein bisschen hochziehen. Den Hammer da. Streithammer 1. Gut, wir hatten ja eine B-Skalierung. Das ist natürlich auch geil. Das muss man sich auch mal angucken, ob die Skalierungen, wie stark die immer betroffen sind. Zum Beispiel dieser Hammer ist ja jetzt eigentlich der bessere Hammer. Er ist schwerer, er ist stärker, er hat eine andere Skalierung. Also eine B-Skalierung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Hammer magisch drauf mache, geht dann seine Stärke, sagen wir jetzt einfach mal, auf D zurück. Und seine Magie, also was ist das dann? Intelligenz oder was? Keine Ahnung. Also Weisheit dann auch auf D zurück. Also habe ich Stärke und Weisheit D-Skalierung. Und wenn ich das hier mache zum Beispiel, habe ich das dann genauso. Oder ist es hier noch schlimmer, habe ich dann Stärke E. Also kriege ich hier einen größeren Malus, weil hier die Skalierung eh schon schlechter ist. Das würde mich mal interessieren. Dann sind natürlich, sage ich mal, Waffen, die generell schon stärker sind, eher zu spezialisieren. Also die schon eine höhere Skalierung in irgendeinem Punkt haben, eher zu spezialisieren auf genau eben diese Skalierung. Und dann solche Waffen, die eher so Mischmasch sind, dann auch tatsächlich auf Mischmasch zu spielen. Keine Ahnung. Ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie richtig ausgedrückt, was ich da meinte. Ja, nee, das wird mir dann schon reichen, glaube ich. Gut, Aberlest wollte ich mal noch gucken. Nee, Aberlest 3 brauchen wir auch schon. Schmiedesteine 1, noch ein paar. Okay. Ja, nee, alles klar. Damit kann ich leben. Mal noch ganz kurz hier vorbei. Jetzt hole ich mir hier aber keinen Buff von der Dame ab. Wir sind ein bisschen stärker. Oder Debuff, besser gesagt. Wir sind ein bisschen stärker als vorher. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall mal, äh, ah, hier der Händler. Kann ich mich... Aber das war der Händler, der, glaube ich, die, ähm... Ja, da sollten wir doch mal nochmal hingucken. Ganz kurzer Moment. Dort gehe ich mal hin. Weil bei dem war ich nie nach dem Update, also nicht wieder nach dem Update. Und die haben ja bei fast allen Händlern irgendwie Schmiedesteine hinzugefügt und so weiter. Können wir also mal reingucken. Und dann können wir in den Dungeon reingucken. Hier, Kristallhöhle am Seeufer oder wie der Ding heißt. So, gucken wir mal hier vorbei. Und ich müsste natürlich auch dringendst mal wieder so ein bisschen, ähm, Sachen farmen. Also hier solche Knochenbestien und, äh, Bestienknochen so rum. So. So, hast du was Schönes für mich? Ja, da haben wir es doch schon. Schmiedestein 1 und 2 bietet der jetzt verstärkt an. Drachenschild. Körperlich 100. Habe ich das damals vorgeschlagen, das Schild da? Ist ja eigentlich nicht schlecht. Und auch irgendwelche Rüstungen. Sollte man eigentlich auch alles kaufen. Ich kaufe jetzt einfach mal nur die Schmiedesteine und das Ding da. Und die Schmiedesteine. Hätte ich auch mal vorher machen können. Aber egal, passt schon. Drachenschild, mittlerer Schild. Ne, wenn ich ihn ja gekauft hätte, würde er hier nicht angeboten werden. Macht der für mich irgendwie Sinn? Äh, stimmt. Da müsste ich natürlich auch drauf gucken, ob irgendein Händler irgendwas verkauft, wo vielleicht, ähm, ja, wo vielleicht irgendein Buff drauf ist. Zum Beispiel hier jetzt das Schicksal aus den Sternen zu lesen. Äh, äh, ähm, also diese Sterndeuter versuchen das Schicksal aus den Sternen zu lesen und sind angeblich Erben der Schimmersteinzauberei. Und es könnte sein, dass da irgendwann mal steht höhere Magieresistenz oder was weiß ich, höhere, äh, oder mehr Stärke, wenn ich, ähm, so eine Robe trage und, äh, der Zauber wird dann stärker oder sowas. Aber da steht jetzt gar nichts. Ja, Bolzen, ganz normale, herkömmliche Bolzen. Oh, die sind schon teuer, wenn ich ganz normale Bolzen einfach nur kaufe. Aber ich könnte jetzt mal welche gebrauchen, wer weiß. So, machen wir es mal so. Und den Astrologenstab könnten wir auch kaufen. Ja, egal. So, lassen wir das jetzt mal. So, wunderschön, traumhaft. Und jetzt gehen wir hier in die Kristallhöhle am See, die irgendwie noch, ja, das hier hinten dran hat. Hm, spannend. Schauen wir doch mal. Ja, ich hoffe, das Ganze ist für euch noch spannend, wie ich das hier angehe. Es ist ein langsames Let's Play, um eine Art zu spielen, ist generell hier langsam. Das weiß ich und, ähm, ja, möchte ich mir eigentlich auch nicht nehmen lassen, sage ich mal. Ich hoffe, das passt. Ich finde es so halt irgendwie spannender, als, ja, wenn ich alles rausschneide, rauskatte und was weiß ich. Da unten geht es auf jeden Fall ordentlich ab. Wir müssen irgendwie runter, anscheinend. Ich wollte gerade sagen, ich habe da schon Gegner gesehen. Oh, der Damage ist jetzt da, würde ich sagen. Da geht es noch hoch. Warum geht es hier hoch? Ah, deswegen. Hier kann ich nämlich einen Typ mal backsteppen. Ja, jetzt gab es hier bei mir gerade eine Virenmeldung am PC. Ich hoffe, das wird sich nicht aufs Video auswirken. Hoffe ich doch mal. Also, keine Virenmeldung, nur eine Virenscanner-Meldung. So rum. Ja, der Damage geht aber ordentlich durch. Das war auf jeden Fall, denke ich mal, schon mal sinnvoll, die Waffe da ein bisschen zu upgraden. Was habe ich gesagt? Ich war... Oh, da ist noch einer, den ich übersehen habe. Ah, schade. Kein schöner Treffer. Und oh, ordentlich Hits gefressen. Ich wollte gerade sagen, die große Rune müsste ich dann auch mal zünden bald. Jetzt laufe ich natürlich mitten in die Feinde rein. Ganz komisch hier die Höhle. Nervt mich gerade ein bisschen. Warum sind da so super viele Feinde? Was geht denn ab? Jetzt nervt doch nicht rum. Kann ich eigentlich irgendjemanden rufen? Wird das irgendwie Sinn machen? Blutungsschaden. Oh. Ich bin noch nicht so ganz wach irgendwie. Alter. Nee, irgendwie nicht. So, jetzt reicht es mir hier aber. Jetzt wird mal reingemetzelt. So, Schluss jetzt. So. Aggressive Lösung. Ey, was habe ich denn da für Gegner übersehen? Wo waren die überall? Haben die da oben irgendwo rumgechillt, sind runtergesprungen oder was? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich übersehen. Auf jeden Fall kann man da ordentlich in eine Falle reintappen. Kennt ihr so Tage, wenn ihr aufsteht, so geilen Kaffee trinkt? Jetzt bei mir hier ist Wochenende. Beim Aufnahmetag. Aber trotzdem bin ich irgendwie... Also ich bin fit, aber irgendwie auch nicht stark. Lockerfeind voraus. Echt jetzt? Du, oder was? Jawohl. So backstabt man neu. Das ist der neue Backstab. Das ist doch so ein Brüllaffen zu denen, oder? Ja. Der ruft die Leute zusammen. Ist das so ein Menschen? Wie heißen die Viecher nochmal? So nicht. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut. Ganz schlechte Idee. Oh mein Gott, wie schlecht. Okay. Ja, grausam. Was habe ich da oben noch für einen Debuff auf mir drauf? Oder was war das? Oder die Laterne, die jetzt aus ist? Keine Ahnung. Irgendwas war da gerade los? Oh, das nervt mich. Das hier... So war das nicht geplant. Definitiv nicht. Weil es ist eigentlich super easy, ne? Oh, das gott es mich gerade an. So, Moment. Wir machen das anders. Und zwar folgendes. Ich habe die Bolzen noch nicht ausgewählt. So, die Blutknochenbolzen, da bringen wir jetzt wenig. Machen wir die Feuerbolzen und die normalen Bolzen rein. Weil die Blutknochenbolzen oder wie sie auch immer heißen. Heißen die überhaupt so? Doch, die heißen tatsächlich so. Wahnsinn. Habe ich nur sieben. Das ist ein bisschen zu wenig. Da kann ich wenig ausrichten. Da haben wir hier, ja, Ausdaueregeneration erhöht. Maximale LP ist auch in Ordnung. Und jetzt machen wir hier folgendes. Runenbögen habe ich nämlich einige. Und jetzt nutzen wir mal so ein Ding. Kriegen ein bisschen mehr LP. Und das hilft schon mal. Und auch Verteidigungswerte und so weiter. Und dann passt das schon. So, jetzt mache ich es mir hier ein bisschen ein. Och, Mann, ey. Ich sage doch, heute bin ich irgendwie verpeilt. Zwar ein geiler Morgen, aber irgendwie verpeilter Morgen. Direkt mal einen Heildrang zu viel geschluckt. Gut, man könnte natürlich jetzt auch einfach zurücklaufen ans Feuer. Wäre natürlich auch noch so eine Maßnahme. Aber wird schon passen irgendwie. Oh, ist der ausgewichen, oder was? So, wir machen natürlich jetzt auch erhöhten Schaden. So, wahrscheinlich muss ich hier mehr Stealthen und so. Ist eher so eine Stealth-Höhle, dass nicht so viele Gegner angelockt werden und so ein Kram. Es scheint so zu sein. Mal gucken. Oder man droppt einfach direkt hier irgendwie runter und kommt unten beim Boss an oder so. Es wirkt fast so. Rechts versuchen, ja. Gut, da vorne liegen noch meine Runen rum. Möchte ich jetzt ungern. Sind zwar nicht so viele, aber möchte ich trotzdem nicht. So, hier. Super geiler Sprungangriff. Stimmt, das wollte ich mal noch nutzen. Und zwar, da schon wieder diese Gegner, die ich irgendwie übersehen habe. Ich habe nämlich noch diesen Assassinen-Talisman, wo ich irgendwie verstärkten Sprungschaden da mache. Und den wollte ich eigentlich auch mal noch nutzen. Und auch mal gemeinsam mit euch testen, wie viel Damage das dann letzten Endes wirklich ausmacht. Aber das könnte durchaus interessant sein. So, die haben jetzt so Ruinenfragmente hier am Start. Regenbogenstein. Das ist, glaube ich, das Ding zum Runter-Troppen da. Wenn das hier schon so droppt, ist natürlich auch schon ein gewisser Hinweis. Bin ich jetzt eben hoch oder runter gelaufen? Ne, hier entlang, ne? Und dann kam das dickere Ding. Starker Feind voraus oder sowas, ne? Genau, hier. Jetzt kann ich wieder meine Backstep-Qualitäten zeigen. Jo, kann ich. Alter, manchmal denke ich echt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das ist echt Wahnsinn. Schöner Angriff, schöner Angriff. Nochmal schöner Angriff und schon schön Damage gemacht. Das war es schon mit ihm. Den Größten sind wir schon mal los. Er hat natürlich seine Kumpels hier schon gerufen. Ja, geht aber klar. Ah, und da liegt eine Truhe rum. Sehr schön. Ist da noch irgendwas? Ich visiere mal so blind in die Gegend an. Ach, es macht einfach schon Bock, muss ich sagen. Echt, bin ich eben gegen diese Feinde jetzt gescheitert? Oh Gott. Gegen diese Feinde bin ich gescheitert. Speertalisman. Oh. Auch für die defensive Variante eventuell ganz sinnvoll. Denke ich mal, dass jetzt irgendwie... What? Ja, irgendein neues Höhlenmoos halt. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Besonderes war. Ich denke mal nicht. So. Ganz kurzer Moment. Was haben wir denn hier Schönes gefunden? Und zwar folgendes. Nein. Immer noch bei Ausrüstung. Das wurde übrigens auch so mahnend erwähnt, sage ich jetzt mal. Hier diese Objektführung und Ausrüstungskram, also hier Inventar. Das kann man definitiv besser machen. Verbessert die einzigartigen Konterangriffe von Stoßwaffen. Ein Talisman mit Speer und Soldat verbessert die einzigartigen Konterangriffe von Stoßwaffen. Speere gehören zu den Standardwaffen der Soldaten des Zwischenlandes. Sie geben ihnen die Möglichkeit, den tödlichen Angriff eines Gegners mit einem ebenso tödlichen Gegenangriff zu erwidern. Das ist natürlich durchaus interessant, wenn man sich hinter dem Schild verkriecht. Die Gegner schlagen drauf und dann hätte ich ja normal gesagt, kann ich aus dem Schildstand wieder rauspiksen. Kann ich ja machen. Aber ich kann auch genauso hingehen und kann dann einfach direkt den Konter-Move machen. Das ist natürlich auch geil, ne? Muss man natürlich auch sagen. So, hier sollen wir rechts versuchen. Dann machen wir das doch mal. Das wäre einmal hier. Sollte man eigentlich schaffen. Dann wäre es hier. Ich roll mich besser mal ab, falls da irgendwie, ja genau, so ein mieser Moment kommt. Das wäre jetzt so typisch Dark Souls gewesen, dass man denkt, man könnte da runter droppen. Droppt da runter und dann reicht das nicht aus, dass man genau so hier noch runterfällt. Man muss sich abrollen, dass man mehr Speed hat, um auf die andere Plattform zu kommen. Das wäre so ein typischer Dark Souls-Moment. Aber hier sind sie da ein bisschen gnädiger. Ich hoffe, die Höhe hier ist ausreichend. Man könnte die Steine nutzen oder einfach doof runterspringen und sterben. Alles ist möglich. Geschicklichkeit hochleveln ebenso. So, was meinen sie jetzt hier? Vorsicht vor Zauberei. Boah. Das ist zum Beispiel eventuell ein Assi-Moment. Da ist schon irgendwas. Das ist wieder so ein Schleimzeug, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Und da unten geht es dann rüber zum Bossraum, schätze ich mal. Gucken wir mal. Ist das ein Schleimzeug? Hä? Was ist denn das? Komische Schnecke stirbt. Oh, da ist die Zauberei. Böse, böse Schnecken. Oh, ganz böse Schnecken. Geht aber klar. Kann man die backstappen? Nö. Ja, und die geben auch kaum XP. Die sind also super schwach. Das könnte doch mal eine Wand sein, die man wegschlagen. Hm. Jo. Oder hier. Oder war das gerade die Wand, wo ich war? Auch keine Ahnung. So. Gehen wir mal weiter. Wurfdeutsche. Ja, mit solchen Dingen könnte ich auch mal arbeiten. Auch generell mit diesen, ähm, mit diesen Bomben, die man sich da selbst herstellen kann und so. Ja, könnte man natürlich auch mal machen. Wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen unnatürlich. Ach, das sind alles solche Viecher? Och, nö, oder? Gefährlich, gefährlich. Krass. Da kauern die sich so ein. Das könnte natürlich auch ein Hinweis Richtung Boss oder sowas sein. Dass die vielleicht so an der Ecke rumchillen. Ach stimmt, das wollte ich noch machen. Ich wollte eigentlich meine Runen verbrauchen, um ein bisschen aufzuleveln. Um auch noch ein bisschen stärker zu werden. Habe ich vergessen. Bin ich jetzt an der Stelle, die ich von oben sah? Ja, jetzt kann ich hier runter droppen. Oder hier. Ah, hier. Runter versuchen. Genau. Und hier unten wird dann wohl der Bossraum sein. Sieht mir schwer danach aus. Weiche Baumwolle. Ich bin begeistert. Mitten in den Raumtropfen ist immer eine super Idee. Schmiede Stein 4. Schmiede Stein 2. Und ein Klumpen Fleisch. Wahnsinn. Gruppe voraus. Oh, nö. Das ist nie so geil. Hm. Ja, macht aber direkt wieder Laune, muss ich sagen. Ah, die Gruppe. Okay. Und da ist auch so ein Schneckenvieh, oder? Ja. Ich gehe mal hin. Aber krass, dass die Höhle da so groß ist. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, danke. Danke, Kristall, für die Rettung. Das war ein Kritt. Hört man hier immer so ein bisschen an der Animation, oder an dem Sound. Wenn das ein Kritt ist. Gibt auch irgendwie ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Überraschungsangriff voraus, oder sowas. Was? Hätte ich nur einen Freund. Boss voraus. Hm. Gut, das war eigentlich klar. Wollen wir uns einmal hochheilen vor dem? Ja, kann auch nicht schaden. Eventuell kann ich ja meine Leute rufen. Gucken wir mal. Bluthundritter. Und ich kann tatsächlich meine Leute rufen. Bluthundritter. Das ist doch der Darryville, oder? Schon wieder? Okay, hier haben wir dann Boss Recycling am Start. Ja, der macht ein bisschen Damage, der Kollege. Aber wir hauen auch gut rein. Ja, der ist ein bisschen schwächer, glaube ich, als an der anderen Stelle. Wie hatte ich den nochmal besiegt? Keine Ahnung. Tanky? Weiß ich nicht mehr. Oh, das war doch ein Kritt. Jawohl, da hauen wir einfach platt. Jawohl, da kann er nichts machen. Passt. Sehr schön. Ja. Jetzt kann ich noch einmal kurz meinen Angriff hier zeigen. Yeah. Bam. Ja. Tanky geht ja klar. Himmels Bernstein Medaillon. Sehr schön. Ja, da hat man jetzt gemerkt, dass wir da schon ein bisschen drüber waren. Himmels Bernstein Medaillon. Hm, ich müsste mir auch mal merken, wie die aussehen. Erhöht maximale FP. Da haben wir es doch schon mal. 6 auf 86. Weiß ich nicht, ob das irgendwie prozentual ist oder ob es eine feste Anzahl erhöht. Ein Medaillon mit eingelegten Himmels Bernstein erhöht die maximalen FP. Für Zauberer natürlich sehr interessant. Das alte Harz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein. Der ist Zeitalters von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Ihm wohnt eine ursprüngliche Lebensenergie inne. Jo, ein Träumchen. Für mich natürlich jetzt nicht gerade mega interessant. Trotzdem natürlich geil. Habe ich irgendwas... Ja, 7000 Seelen haben wir. Wollte gerade sagen, habe ich ein bisschen Seelen bekommen. Also Runen bekommen hier. Anscheinend immer, wenn diese Dinger da sind, dann kann ich da mehr... Also kann wieder meine Leute rufen oder sowas. Hier meine Hunde und so. Meine Geister. Wenn diese Steinchen dann am Start sind. Oder in der Nähe sind oder wie auch immer. Glaube ich. Kann auch anders sein. Oh, und jetzt kommen wir dort hinten raus oder was, was ich jetzt... Ah, mitten im Leuchtfeuer inklusive. Sehr schön. Und eine Tante mit einem Hund. Äh, hallo? Widerlicher Befleckter, was wollt ihr? Ich habe dem allhörenden Barbaren gesagt, dass ich kein solches Medaillon besitze. Oder wollt ihr mir etwa noch mehr wegnehmen? War meine andere Hälfte nicht gut genug oder sowas? War meine andere Hälfte dann nicht genug? Hm. Okay. Was willst du denn von mir? Hütte des schlummernden Wolfs. Krass. Nice. Jo, ich setze mich mal hier hin. Kann ja nicht schaden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann machen wir hier an der Stelle weiter. Und ja, da ist ja dieser, ja, dieser Felsvorsprung oder die Küste oder wie auch immer. Das können wir uns dann ansehen. Und auch hier, was es mit dem Wolf eventuell auf sich hat. Wobei ich denke, dass ich mit einem speziellen Amulett hier vorbei muss oder das dann tragen muss. Ein Abbild. Keine Ahnung, die Hälfte von ihr. Was auch immer. Ein Wolfs-Amulett. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja, und ja, ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Trinke schnell mal einen Kaffee, dass ich mal wach werde, richtig. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.